Hey meine Beise draußen ich bin's Jan von Ballets United und heute haben wir ein abschließendes letztes Mappenupdate wahrscheinlich für diese Serie das ist die Road to Russia 2018 Adrenalin Serie von Panini und zwar habe ich ja schon ein paar Mappenupdates dazu rausgebracht lange kam kein Video mehr dazu da durch FIFA 365 und so weiter andere Serien besonders im Fokus standen aber diese Serie sollte man auf jeden Fall nicht vergessen und nicht vernachlässigen denn durch diese Serie werden wir gehypt auf die WM nächstes Jahr in Russland und ich kann es kaum erwarten dass die Seriensticker und Karten für die WM rauskommen werden das wird einfach so eine geile Zeit bei jeder WM und EM wird das einfach nur eskalieren sage ich euch und es sind auch einige krasse Sachen geplant auf die ihr euch freuen könnt und wie gesagt heute das Finale denn es hat uns nur noch eine Karte gefehlt und ich habe euch schon vor einiger Zeit muss ich zugeben die Karte habe ich ja auch schon länger liegen gefragt ob diese Karte jemand hat und wir haben mit euch getauscht und ich kann mich leider nicht mehr erinnern wer es war mit wem wir diese Karte getauscht haben aber du weißt wer du bist vielen Dank für alle die uns immer helfen unsere Kollektion zu vervollständigen und wir hoffen natürlich auch immer euch so gut wie möglich zu helfen und wie gesagt heute will ich euch ein komplettes Album wirklich jede Karte die auf der Checkliste steht alle Karten von allen Teams sind dabei und auch noch viele Limited Edition Karten ich glaube nicht alle ich habe auch noch ein paar Premium Booster und Multibags und so noch hier liegen mit Limits die jetzt nicht hier drin sind und dazu werden natürlich auch noch Videos kommen bei verschiedenen Challenges und so aber heute haben wir auf jeden Fall erstmal das komplette Standardset würde ich sagen und ich würde sagen wir beginnen gleich mal hier auf jeden Fall schon mal eine richtig schöne Auswahl an Spielern wobei einige ja nicht dabei sein werden unter anderem wie Gareth Bale der es mit Wales leider nicht geschafft hat aber die meisten sind natürlich dabei unter anderem natürlich auch Mats Hummels und dann würde ich sagen beginnen wir gleich mal das ist die erste Seite mit Algerien die haben nur neun Karten darunter jedoch ein Top Player Riyad Mahrez also der richtig starke Saison bei Leicester gespielt hat letzte Saison war dann nicht mehr ganz so stark ähm aber sicherlich die Top Player Karte damals auch verdient gehabt deswegen ähm ja aber sonst neun Basis 8 Basiskarten plus die Top Player Karte das ist Algerien dann kommen wir weiter die meisten Teams wisst ihr ja natürlich hatten diese Doppelseiten und ich finde es einfach auch richtig nice aufgebaut und ich bin wirklich gespannt was Panini sich ausdenkt für die richtigen WM Karten hier waren es ganz viele Basiskarten drum herum um diese vier Special Karten ähm und ihr seht hier haben wir Axel Witzel Key Player Lukaku als Gold Machine Kurt War als Fans Favorite und De Bruyne als Game Changer das trifft glaube ich auch richtig gut zu auf diese Spieler und ähm ich finde diese Serie richtig nice und diese Serie gibt uns einfach schon mal Hoffnung auf eine richtig geile WM Serie dann machen wir weiter mit Kroatien auch die haben ein paar richtig nice Special Karten mit zwei Fans Favorite Karten dann weiter Dänemark auch die natürlich komplett inklusive hier Kaspar Schmeiche oder Ex-Münchner Heuberg dann haben wir die Briten England auch wieder souverän für die WM qualifiziert mal schauen wie weit die jedoch ähm kommen können das Team ist jetzt nicht unbedingt schlecht aber in den letzten Turnieren war England ja nicht unbedingt so gut drauf dann haben wir natürlich Spanien auch die sind wieder mit Favorit auf den Titel haben 2010 die WM gewonnen und ich bin gespannt was sie reißen können haben wir auf jeden Fall auch wieder ein gutes Team und könnten auf jeden Fall weit kommen dann machen wir weiter mit Finnland die sind nicht dabei ähm wurden glaube ich sogar Gruppen letzter oder vorletzter inklusive hier Bundesligaspieler Lukas Radecki natürlich ähm aber dafür ist ja so eine Road to Russia Serie auch dabei um auch ein paar Teams reinzubringen die es vielleicht später nicht in die Finale Sammlung schaffen werden in die WM Sammlung dann natürlich Frankreich natürlich darf auch nicht fehlen der Vize-Europameister auch sie werden sicherlich auch ein Titelkandidat sein hier unter anderem Toplayer KT Antoine Griezmann dann kommen wir auch schon zur deutschen Nationalmannschaft die glaube ich ähm ein Rekord aufgestellt haben nie war ein Team so gut in der Quali ähm haben es wirklich richtig äh gerockt wie man auch immer sagt ähm die Gruppe und das gibt auf jeden Fall auch Hoffnung auf die WM ich bin auf jeden Fall optimistisch ich glaube sie könnten es mit der Mannschaft sehr sehr weit bringen ähm aber das werden wir dann sehen und besonders später auch im Turnier hat das natürlich auch ein bisschen mit Glück zu tun aber ich denke von der Qualität der Mannschaft sollte die deutsche Mannschaft mindestens das Halbfinale erreichen können dann machen wir weiter mit Ungarn auch die sind nicht bei der WM dabei bei der EM waren sie es bei der WM haben sie sich glaube ich knapp verpasst ähm der Trainer ist jetzt auch gegangen unter anderem hier Gulashi der ja für mich einer der ähm Überraschungen der letzten Saisons ist ähm der Torhüter von Leipzig ähm hätte niemand erwartet dass der jetzt so stark spielt auch ich finde ihn richtig stark mittlerweile in Ungarn ist er die Nummer 1 auch mittlerweile und ähm bei Leipzig auch obwohl sie mehrere Torhüter die letzten beiden Saisons geholt haben auch jetzt vor der Saison 1 ähm trotzdem ist er Nummer 1 geblieben und spielt es noch wirklich stark und ich bin wirklich überzeugt von ihm und finde mittlerweile auch ist er auf jeden Fall einer der besseren Torhüter in der Bundesliga dann machen wir weiter mit Italien zu dem Zeitpunkt wo ich das Video zumindest drehe ähm und auch wahrscheinlich hochkommen wird ähm steht es noch nicht fest ob Italien dabei ist spielen in der Quali und sollten das eigentlich schon schaffen aber wir sind mal gespannt aber Italien wenn sie sich für die WM qualifizieren waren halt in einer Gruppe mit Spanien deshalb Spanien hat sich ähm durchgesetzt Italien muss deswegen in die Playoffs aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass es Italien schaffen sollte zur WM und wenn sie es schaffen dann sind sie sicherlich auch ein Team was weit kommen kann dann machen wir weiter mit den Holländern auch die sind nicht dabei ähm ja bisschen überraschend aber man muss auch denken die letzte Male waren sie auch schon nicht dabei also bei der letzten EM zumindest in Frankreich und ähm ja und zwei Turniere also hintereinander nicht dabei Arjen Robben wird wahrscheinlich nicht mehr ähm beim großen internationalen Turnier dabei sein ist zurückgetreten von der ähm Nationalmannschaft ähm für ihn persönlich finde ich es ein bisschen schade aber ähm die Holländer wird man sehen aber mit den ganzen jungen Spielern die jetzt immer mehr nachkommen sollten die Holländer auch in den nächsten Jahren wieder ein starkes Team zusammenstellen können und vielleicht schaffen sie es dann wieder mal ins Finale wie in 2010 aber dafür dahin ist es doch ein langer Weg dann machen wir weiter mit Norwegen auch die werden nicht dabei sein das Team rund um Hertha Keeper Jahrstein ähm aber sicherlich auch nice so ein Team mal in so einer Serie zu haben wie hier deswegen nice und dann seht ihr auch schon den freien Platz das ist die letzte Karte die uns gefehlt hat und wer kann es denn nur sein es ist Robert Lewandowski hier schaut euch an richtig geile Karte diese Topplayer Karten gefallen mir richtig richtig gut und ich bin gespannt ähm was Panini also zur WM bringen wird die ähm Special Karten bei den FIFA 365 Karten sind ja auch richtig geil geworden deswegen habe ich große Erwartungen an die WM Serie so jetzt ist sie drin und jetzt ist das Album auch offiziell komplett also hier Polen dann machen wir weiter mit Portugal der Europameister wird auch bei der WM dabei sein ähm Cristiano Ronaldo und Co also hier als Topplayer wobei so weit wie in der Europameisterschaft werden sie wahrscheinlich nicht kommen aber wer weiß da haben wir als nächstes Rumänien auch die hier voll Gastgeber Russland wird auf jeden Fall dabei sein und bei denen kann man auch gespannt sein wie weit sie es schaffen werden kommt natürlich auch immer auf die Gruppen drauf an die am Ende ausgelost werden aber ähm ich bin gespannt die Erwartungen sind natürlich nicht wirklich hoch natürlich Russland will so weit wie möglich kommen aber ähm vom Team her wird es eher schwer aber man weiß nie was passiert und es kann natürlich alles passieren dann haben wir hier als nächstes die Schweiz auch die sind wieder mit dabei haben auch ein starkes Team dann haben wir die Schweden auch die müssen erstmal in die Playoffs dann haben wir die Türkei hier mit den Bundesligaspielern Sahin und Mohr Ex-Bundesligaspieler Chal Nuru also das sind einige die man aus der Bundesliga kennen natürlich auch immer Toprak dann machen wir weiter mit Wales wie schon vorher hin erwähnt werden sie nicht dabei sein das Team um Gareth Bale ähm mal schauen ob sie es bei der nächsten EM wieder sind dann haben wir hier Argentinien richtig nice mit Lionel Messi die ist jetzt soweit ich weiß auch in die Playoffs verschlagen hat da bin ich mir gar nicht sicher ich glaube aber ja ähm oder haben sie es direkt geschafft aber auf jeden Fall sollten sie es schaffen ähm da bin ich gerade überfragt schreibt es mir in die Kommentare falls ihr es besser wisst auf jeden Fall nice Brasilien auch die waren glaube ich sogar das erste Team überhaupt weltweit die sich für die WM qualifiziert haben natürlich nach Russland die ja automatisch dabei waren auch hier mit Neymar 99 auch der wird auch eine nice Karte bei der WM Serie haben dann haben wir Chile ähm Kolumbien auch die sind natürlich voll da haben wir Mexiko und dann noch hier zwei Teams auf der anderen Seite der Welt von Deutschland aus gesehen Neuseeland und Australien die haben jeweils nur neun Karten dann habt ihr das war's auch schon mit den Teams und jetzt kommen wir noch zu paar Limis hier ich kann euch leider nicht mehr genau sagen aus welchen Produkten das war und es fehlen wie gesagt es fehlen noch paar ich glaube insgesamt gab es 50 Stück ähm und so viel haben wir jetzt leider noch nicht aber ich werde versuchen noch alle zu bekommen ähm wie gesagt einige habe ich ja noch verschlossen in Produkten ähm und andere werde ich mir auch noch versuchen zu besorgen auf jeden Fall haben wir erstmal Lionel Messi ich glaube das ist sogar die stärkste Karte überhaupt mit 110 Angriff die war im Starterback drin da haben wir Lewandowski Müller Neymar De Bruyne Iniesta Bale Mbolo Gera Fabianski Ring Sanchez Rodriguez Coutinho Scholloi Agüero Kandreva und Isaac da machen wir weiter mit der nächsten Seite da haben wir Falcao Payet Robin Vardy Sommer Modric Piszczek Dejer Moisander Viktor Fischer der mittlerweile bei Mainz spielt Hugo Lloris und Wayne Rooney also wie viele waren das jetzt 18 Karten 27 30 Stück also 20 Stück fehlen uns noch also wir haben schon einige aber es fehlen noch paar ich würde sagen noch gut 5, 6, 7 verschiedene haben wir noch hier deswegen da fehlen noch paar aber einige muss ich mir auch noch besorgen aber das war es dann erstmal mit dem Booster habt ihr die Serie auch voll wenn nicht wenn ihr noch welche braucht schreibt uns auf Instagram auf jeden Fall wir haben einige Doppelte beziehungsweise viele Doppelte und das war es auch schon gebt dem Video einen Daumen nach oben schreibt mal in die Kommentare Hashtag WM Hype und ich bin gespannt auf die WM Serie die dann wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres rauskommen wird und ja wir sehen uns bald wieder hier bei Badis United Ciao